Hallo, liebe Deutschlernende! Heute möchte ich dir ein bisschen über die Authentic German Learning Academy erzählen. Dies ist eine Lernplattform, die ich vor vielen Monaten kreiert habe. Und dort gibt es mehrere Deutschkurse für dich. Unter anderem einen Kurs darüber, wie man Deutsch effektiv lernt. Ein Kurs über die deutsche Geschichte. Einen Kurs über deutsche Orte und deutsche Kultur. Einen Kurs über Zeitmanagement. Wenn du wenig Zeit hast, dann ist dieser Kurs etwas für dich. Und ich bin sehr stolz auf diese Akademie. Ich denke, es ist der beste Ort, um Deutsch effektiv und strukturiert zu lernen. Und es gibt dort auch eine Gruppe, in der man sich austauschen kann. Du kannst mir jede Frage dort stellen und ich beantworte sie dir innerhalb von 24 Stunden. und du wirst auch andere Deutschlerner kennenlernen. Also es ist echt ein sehr guter Ort, um Deutsch zu lernen. Und ich werde dir kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, du wählst einen Kurs aus. Du wählst einen Kurs aus, der dich besonders interessiert und es gibt viel Material. Also es gibt bestimmt etwas, das dich interessiert. Und du beginnst die erste Einheit und dann siehst du einen deutschen Text. Du siehst einen deutschen Text und kannst diesen Text lesen und so lernst du auch selber zu schreiben. Du lernst, wie die Worte geschrieben werden. Und während du diesen Text liest, kannst du auch hören, wie man es aussprechen würde. Ich lese dir den Text vor und dann hörst du, wie die Wörter ausgesprochen werden. Du lernst also auch die deutsche Aussprache. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann gibt es eine Übersetzung auf Englisch. Du kannst den deutschen Text lesen und wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schaust du dir einfach die Übersetzung an und weißt, was gemeint ist. Und es ist ganz anders als andere Deutschlernkurse. Es geht nämlich darum, um interessante Themen. Es geht darum, dass du nicht nur Deutsch lernst, sondern Spaß dabei hast und auch andere Dinge dazu lernst. Deswegen habe ich einen Kurs über deutsche Geschichte gemacht, über deutsche Orte, über deutsche Kultur, über Zeitmanagement, sodass du nicht nur eine langweilige Lektion hast. Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Und dir? Ich wollte nicht nur so langweilige Lektionen machen. Ich wollte wirklich etwas sehr Interessantes machen. Und das habe ich gemacht und das mache ich weiter. Ich füge fast jeden Tag neues Deutschmaterial hinzu, sodass alle deine Fragen beantwortet werden. Und gerade wenn du eine Frage hast, die sehr schwierig ist oder du möchtest, dass ich dir etwas erkläre, kein Problem, sag mir Bescheid und ich erstelle auch einen Kurs über dieses Thema für dich. Okay? Und du kannst jetzt beitreten. Besuche join-german-club.com, join-german-club.com. Ganz einfach. Tippe das ein und du kannst der Akademie beitreten. Ich sehe dich dort. Ich bin mir sicher, du wirst sehr viel Spaß dort haben und ich bin mir sicher, du wirst sehr, sehr viel lernen. Denn das Problem mit diesen YouTube-Videos ist manchmal, dass man von einem Video zum anderen springt und das ist erst das eine Thema, dann das andere Thema und vielleicht gefallen dir nicht alle Themen, aber in der Akademie kannst du strukturiert dich mit einem Thema beschäftigen und so lernst du die deutsche Sprache viel, viel besser, weil du es im Zusammenhang lernst, weil du die Sprache im Zusammenhang lernst. Viele Leute sagen mir, sie mögen meine YouTube-Videos und dafür bin ich sehr dankbar. Aber was manche Leute nicht wissen ist, dass das beste Material, vielleicht nicht, also ich habe auch sehr viele gute YouTube-Videos, aber wirklich sehr gutes Material, kommt in die Akademie. Also dort kannst du wirklich sehr, sehr gut lernen. Also wenn du viel Zeit sparen möchtest und wirklich strukturiert lernen möchtest, ist die Akademie etwas für dich. Besuche join-german-club.com. Ich sehe dich dort und ich bin mir sicher, du wirst sehr viel lernen. Okay? Tschüss!